Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog. Und zwar will ich heute mit euch über das Thema Streams reden. Und zwar mache ich ja neben YouTube noch ab und an mal Streams auf Twitch. Ich versuche das relativ regelmäßig zu schaffen, das heißt einmal am Wochenende, meistens Samstagabends oder so. Klappt aber nicht immer oder manchmal machen wir das zwischendurch auch mal in der Woche. Und genau darüber will ich mit euch sprechen. Und zwar sieht das Stream bisher immer so aus, dass wir, oder beziehungsweise dass ich das immer ein bisschen versucht habe, Entertainment-mäßig zu machen. Das heißt, immer recht viel gequatsche, immer relativ viel machen, dies machen, das machen, la la la. Immer ein bisschen versuchen in Bewegung zu bleiben. Ich sag mal so ähnlich wie bei Gronk zum Beispiel. So, er macht das ja auch immer sehr Entertainment-lastig und sonst was. Okay, ähm, auf der anderen Seite, sag ich mal, will ich jetzt einfach nur was ändern oder was klarstellen in der Richtung Streams, was mich da so ein bisschen belastet hat, sag ich ganz ehrlich. Wenn wir zum Beispiel, ich habe ja zum Beispiel angefangen mit The Division. So, The Division, einfaches Beispiel, wollte ich mit euch nur im Stream spielen, das heißt privat spiele ich das nicht, ich mache es nur im Stream an. Aber das heißt für mich, wenn ich jetzt halt zum Beispiel, ähm, so wie heute, so heute Abend, ich sag mal, ich habe jetzt Bock auf eine Runde The Division, einfach nach dem Studium, la la la, setze ich hin, zockst ein bisschen. Da hast du nicht immer Bock, so die ganze Zeit so, ne, mit voller Elan und hey und dies und das. Und es gibt ja auch Streamer oder allgemein Streams, wo man einfach nur, ja, wo die Leute sich einfach nur hinsetzen, ein bisschen zocken, vielleicht Kamera anhaben oder auch nicht, ist ja auch egal. So, und einfach ein bisschen zocken und nebenbei halt den Stream anhaben. Und genau sowas will ich halt auch mit einbringen, aber ich will mich nicht komplett ändern, denn dieses ganze Entertainment-Gedöns macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Aber, ne, es gibt, es sind eben zwei verschiedene Arten, so, jetzt aber eins ist hier und das andere ist da. So, es gibt zwei verschiedene Arten davon und ich wusste nie wirklich, wie ich das jetzt alles in einen Einklang bringen kann, wie ich das Ganze, ja, wie ich euch das klar machen kann und wie ich mir für mich selber das klar machen kann. Weil ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt einen Stream angemacht habe, abends eine Runde Division oder Rocket League mit anderen gezockt habe. Weil, ja, man hat auch selber immer eine gewisse Erwartung, die man erfüllen möchte und sonst was. Und deswegen werden wir, oder werde ich, ab jetzt drei verschiedene Arten von Streams einführen. Und zwar gibt es auf der einen Seite DomCakesTV und das ist genau der Stream, den wir am Wochenende kennen und vielleicht sogar mögen. Und zwar das mit dem Entertainen, das mit dem Labern, mit dem Quatschen, lange machen, hin und her. Das, was ich am Anfang alles erklärt hatte. Das wird unter dem Namen DomCakesTV stehen. Dann wird es wieder, oder immer noch, die Live-LPs geben. Ganz normal LP-Aufnahmen, nur halt live auf Twitch. Das heißt, ihr könnt halt zugucken, ein bisschen was im Chat schreiben. Ich werde ab und zu mal drauf eingehen. Je nachdem, wie das Spiel das jetzt gerade erlaubt. Und fertig. So, und dann gibt es die dritte Art, von der ich noch keine Ahnung habe, wie ich es nennen kann. Vielleicht einfach so. So, Hashtag einfach so. Und das sind dann einfach Streams, wo wir dann wirklich einfach so abends mal den Stream anwerfen. Und ich mit ein paar Kollegen Rocket League spiele oder ein bisschen Division rumlaufe und so. Ich aber jetzt nicht die Anforderung erfüllen möchte, dass ich jetzt euch die ganze Zeit 100% entertaine. Und dass ich die ganze Zeit hier und da. Sondern vielleicht auch einfach nur so ein bisschen, eine Stunde, zwei da rumsitzen. So ein bisschen daddeln, vielleicht drei Worte sagen. Und fertig damit. So, ich will das jetzt gezielt in diese drei Sachen einteilen. Einfach, damit ihr Klarheit habt, wenn ihr den Stream anmacht und den Titel guckt. Denn da wird dann immer eben drinstehen. Wahrscheinlich mit dem Hashtag, damit man das mit Twitter vielleicht irgendwie noch verbinden kann später. Keine Ahnung. Dass man da auf jeden Fall dann immer reinschreibt. Entweder steht da DomkexTV drauf. Dann wisst ihr, ne, es ist der ganz normale Entertainings. Ich nenne es einfach mal so. Keine Ahnung, ob es wirklich so ist. So. Oder ob es eben das Live-LP ist. Oder ob es einfach so ein Stream ist. Ich hoffe, das ist eine relativ gute Lösung dafür. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn das bei euch so ankommt, wie ich das hoffe. Und ich will einfach mal gucken, ob mir selber das auch, ja, die Mühe oder den Schmerz nimmt. So. Wie gesagt, wenn ich jetzt einfach mal abends ein Bründchen zocken will und Stream anmachen will. Dann habe ich aber immer die Erwartung, die ich von diesen Wochenend-Streams habe. So. Und das kann ich und will ich aber auch nicht immer erfüllen. Und deswegen diese drei Unterteilungen. Ich schreibe es auch nochmal in den Titel. Ich werde auch dieses Video direkt bei Twitch verlinken. Das heißt, wenn ihr jetzt von Twitch direkt hergekommen seid, jetzt wisst ihr warum. Das ist einfach die Einteilung, damit jeder einmal weiß, wie es läuft. Ich werde auch in der Beschreibung, wenn ich das jetzt nach und nach reinschreiben, wie es jetzt aussieht. Damit hoffentlich komplette Klarheit herrscht. Damit man sofort, wenn man den Stream anmacht, im Titel sieht, so das und das und das. Ja. Das war... Das war es erstmal dazu. Hier unten macht gerade einer ein bisschen Radau. Ja, 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 ja. So. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt oder sonst was, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Sprecht mich darauf an auf Twitch oder sonst was. Ihr seid gerne herzlich eingeladen, auch bei allen Streams dabei zu sein. Keine Frage. Und ja, das war es. Mehr wollte ich nicht von euch. Und danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und vielleicht sehen wir uns bald bei einem nächsten Vlog wieder. Ich weiß es nicht. Ich bin da nicht so der Typ. Für merkt man vielleicht total unbeholfen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dürft ihr auch gerne bei sämtlichen Streams oder sonst was einschalten. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, wir sehen uns dann einfach demnächst. Tschüss.